Die Stadtwerke Pforzheim versorgen die Menschen in unserer Stadt und der Region nicht nur mit Energie, Wasser und Wärme, sondern unterstützen traditionell auch eine Menge gemeinnütziger Projekte. Bisher haben wir ganz alleine entschieden, welche Projekte wir fördern wollen. Das wollen wir ändern, denn ihr wisst selbst am besten, welche gemeinnützigen Projekte euch am Herzen liegen, ganz egal ob diese von einem Verein, einer Initiative oder einer sonstigen Einrichtung kommen. Genau dafür haben wir mit der SWP Crowd eine neue Crowdfunding-Plattform geschaffen, auf der ihr eure gemeinnützigen Ideen vorstellen könnt. Danach entscheidet die Crowd, also ihr alle gemeinsam, ob ihr das Projekt mit einer Spende unterstützen wollt oder nicht. Und hier kommen wir wieder ins Spiel. Wir füllen jeden Monat unseren Finanzierungstopf mit 1000 Euro auf. Für jeden Unterstützer, der mindestens 10 Euro spendet, legen die SWP nochmal 10 Euro aus dem Topf obendrauf. Damit stellen wir sicher, dass wir nur die Projekte fördern, die bei den Menschen in der Region wirklich gut ankommen und auf breite Unterstützung stoßen. Das erste, was der Projektstarter für die Präsentation seiner Idee braucht, sind eine aussagekräftige Beschreibung sowie ein paar Fotos oder ein Film. Das Ganze kann er dann bequem auf der SWP Crowd hochladen. Schließlich muss der Projektstarter noch sein Finanzierungsziel, also die benötigte Spendensumme, angeben. Begeistert die Idee genug Unterstützer und erreicht das Finanzierungsziel binnen 60 Tagen, wird das Projekt umgesetzt. Wird das Ziel innerhalb der Frist verfehlt, bekommen alle Spender ihr Geld ohne Abzüge zurück. Also, worauf noch warten? Ihr habt eine tolle Idee für Pforzheim oder die Region oder kennt jemanden, der eine hat? Dann macht mit!